hallo leute und willkommen hier bei me apple cat vor uns liegen 2.575 teile und aus denen wird das leppin set 16005 das simpsons haus heute zusammengebaut auch das ist natürlich wieder mal eine kopie eines lego sets und zwar von dem set 71006 dem lego simpsons haus also ich lege hier mal los und erzähle euch kurz was vom preis das leppin set kostet roundabout 75 euro wer heute noch das aktuell nicht mehr hergestellte lego set haben will zahlt zum beispiel bei amazon 360 euro ja ist schon ein unterschied was aber kein unterschied ist ist hier schon das erste gebaute teil das ist die skateboard rampe hier von bart hier sieht man auch schon wie er da hoch skaten kann da ist ein aufkleberchen drauf gebracht denn hier sind keine gedruckten teile dabei hier muss alles geklebt werden in der bester lego klebe manier die stehen da irgendwie drauf hier sind noch zwei gartenstühle so garten liegen gebaut worden und die sehen ganz knüffig aus ganz interessant gelöst mit sehr einfachen teilen da unten so ein parabol spiegel dann hier so eine c clamp hinge und so ein stückchen zaun und ja also man sieht schon aus kleinsten teilchen wurde hier ein ganz netter gartenstuhl zusammengefrickelt und natürlich gibt es davon direkt einmal zwei aber viel viel cooler ist hier der barbecue grill von ups da ist schon was rausgeflogen von net flanders ja da hinten steht es nämlich drauf property of net flanders aufkleber qualität da hat man es gesehen nicht so toll nicht mittig ausgedruckt und ein bisschen sehr und transparent aber würstchen die passen hier ganz hervorragend drauf die gibt es auch gleich mit dabei und dann kann man die klappe runter machen und leckere barbecue würstchen sich damit herstellen also den finde ich echt fantasievoll und schön gebaut und designt also der net flanders barbecue grill nur die würstchen die fallen ständig raus aber auch dafür gibt es eine lösung ja die kann man hier an die seite dran klipsen also das ist doch mal gut mitgedacht herr flanders und eigentlich schön umgesetzt damit die kleinteile nicht so schnell verschwinden hier haben wir noch mal zwei cocktail gläser würde ich mal sagen mit kirschen drin denn auf den gechillten liegen will man ja auch was leckeres trinken ups umgestoßen und versaut egal ich mache die kirschen wieder rein wird schon keiner merken und dann haben wir hier noch mal die schubkarre da sind so ein paar blümchen drin mit blumenkübeln und auch das hier gehört net flanders es gibt da gleich zwei blumenkübel mit dabei auch ganz simpel zusammengesteckt aus drei teilen sieht aber nicht aus dazu noch ein kleines schäufelchen für die gartenarbeit und nach wo ist das rad das habe ich hier momentan leider noch nicht finden können aber irgendwo wird das schon noch auftauchen da bin ich recht zuversichtlich also erst mal zur seite damit und wir schauen uns ja kummer an und der sieht aus als würde hier gleich auf die arbeit gehen krawatte dienstausweis vom atomkraftwerk seinen akten koffer da ist bestimmt eh nur fresskram drin und ein relativ gelangweilter blick und schauen wir uns den druck an und ja der ist wie ich sag mal es geht so in ordnung aber so richtig toll ist der nicht am mund ist es so ein bisschen unsauber gedruckt und auch die weißen stellen in den augen sind nicht ganz so schön auch hier beim march kann man sehen dass der druck nicht so ganz optimal ist wobei mich bei ihr wirklich mehr stört dass der rock auch nicht so richtig toll davon zusammenpasst also schon sehr sexy mit weitem beinausschnitt ja hier lisa dagegen ja bei der ist der druck einigermaßen in ordnung der rock sieht da hier auch ziemlich etwas zerfleddert aus auch der zeigt ein bisschen viel po vielleicht aber naja die minifiguren hier sind so lala nicht gerade das allerbeste dann haben wir die kleine maggie und die hat eine kopfform da kriegt man ja halt träume von also die finde ich echt vom gesicht her sehr sehr gruselig ich weiß nicht ob die von lego original genauso gruselig aussieht wenn ja nicht so gut und dann hier unser guter bart der hat das gleiche problem wie schon beim quickie mart ihr seht die arme die sind bei ihm ich muss mal eben einen reindrücken hier in arm ja die sind weiß oben und statt rot dass selbe problem hatte ich schon mal im quickie markt und die arme sehen auch im vergleich zum körper sehr lang aus der sieht aus wie so ein kleiner bodybuilder oder sowas und hat auch einen sehr gelangweilten gesichtsausdruck hinten der druck auf den beinen das gelb das deckt nicht so richtig gut also minifiguren mäßig naja naja sage ich mal und ja hier haben wir noch das skateboard auch da natürlich einen sticker drüber gepackt für das kleine streifendekor und ein haben wir doch vergessen und das ist hier der kollege net flanders hilfe ja da fehlt noch was da fehlt nämlich seine brille und so bekommt man richtige albträume hier vom guten net aber hier die brille ist so ein einzelnes teil inklusive augen dass man dann hier so rein steckt und wenn man das dann geschafft hat man kann rein damit so da sind sie drin und ja jetzt sieht er doch wieder wieder nette freundliche nachbar von nebenan aus erhält oder chief mit grillschürze also den finde ich eigentlich gut geraten gefällt mir von den ganzen minifiguren hier am besten unser net flanders ja das war dann schon mal der kleinteilige bau bis hier auf das rad von der schubkarre habe ich soweit alles finden können aber ihr seht hier ist noch eine ganze menge von den über 2500 teilen also geht es jetzt weiter mit dem zusammenbau darf ich vorstellen das rad der schubkarre jetzt wollte ich schon was anderes sagen ja ich habe es gefunden es ist also noch dabei und hier haben wir das auto der simpsons schön in pink rosa wie man es nennen will ganz nett hier mit aufdruck natürlich quatsch aufdruck mit aufkleber fürs nummernschild der zerbeulte kotflügel der ist schön gelöst hier die tür allerdings hat einen anderen farbton als jetzt hier die restlichen fliesen da sieht man etwas heller etwas dunkler ja relativ spartanig innen drin noch mal ein aufkleber fürs radio ja also nicht allzu viel die türen kann man aufmachen den kofferraum kann man aufmachen ein richtiges dach gibt es nicht das ist oben offen war glaube ich in der serie auch kein cabrio aber naja egal ihr seht hinten auch noch mal das nummernschild ja ist ein okayes auto also das polizeiauto von quickie mart hat mir besser gefallen aber das hatte keinen plutonium stab hinten im kofferraum ja da hat sich humor wohl noch etwas arbeit mit nach hause geholt aber so ja als kleine beigabe zum haus finde ich das autochen hier ganz nett gelöst oder mein lieblingsteil am auto ist eindeutig der verbeulte kotflügel da ist ein bisschen ja liebe zum detail reingeflossen aber wir wollen ja hier nicht beim auto stehen bleiben sondern es geht ja noch weiter jetzt fangen wir an das haus zu bauen und besonders weit bin ich gar nicht gekommen denn ich habe hier schon was zu berichten schaut euch mal hier diese eckfliesen an was ist denn da so drauf also die eine da die ist aber extremst dreckig geworden sieht irgendwie aus wie maschinenöl ich denke mal von den spritzguss maschinen aus china ja man kann nämlich drüber wischen und dann ist das wieder etwas komplett sauber aber naja es war halt eben mal dreckig und jetzt habe ich jedoch schon wieder inneneinrichtung gebaut und zwar ist das für die garage das wird hier ein teil von der werkbank von humers werden und da oben kann er später sein werkzeug dran befestigen da haben wir einen kleinen schrank ein waschbecken und natürlich hier noch das ganze werkzeug aber keine sorge der bekommt hier keine maschinengewehre rein das sind diese standard trace wo alles mögliche dran ist und man braucht jeweils dann im endeffekt doch nur ein teilchen davon und ja den rest kann man dann weg machen oder man militarisiert einfach hier die simpsons mal richtig auf und der gute hummer kann dann mal ja mit der mg gegen netflenders vorgehen aber naja reden wir nicht drüber so und da ist sie schon fast fertig noch nicht so ganz und zwar die garage der simpsons das war nämlich der erste abschnitt den wir jetzt hier vom haus gebaut haben hier sieht man schon die technik befestigung womit das dann später an das haupthaus angebracht wird hier oben ein kleines dachfensterchen und alles ja an so einem beige an der seite schön mit so ein bisschen grün angedeutet das garagentor einmal in gelb lässt sich natürlich auch öffnen und ja dann fällt dann natürlich auch direkt mal was ab auf jeden fall man kann es aufmachen dass dann später auch das auto reingestellt wird wir haben hier innen drin einmal natürlich die abgefallenen teile das sind hier diese begrenzer also die halten einfach nicht die werden nur auf so kleine einzelnen noppen da an der seite drauf gedrückt das ist eigentlich relativ logisch dass das nicht halten kann aber naja also innen drin noch mal zur einrichtung wir haben hier das waschbecken mit dem ganzen werkzeug drin ein paar farbdosen besen werkbank was man eben alles so braucht in so einer garage so aber das garagentor braucht ja auch noch ein schönes dach damit es da nicht rein regnet und das bauen wir im nächsten schritt ja und die maschine die war richtig gut geölt die das hier produziert hat denn auch hier ist massig maschinenöl dran an dem teil das sieht schon sehr eklig aus also so ein veröltes set wie das hier hatte ich bisher wirklich noch nie gehabt wo so extrem viel dran war aber das ist eben china kann passieren für den preis man kann es ja abwischen so gut gehölt ist halb gebaut von daher das dach ist jetzt fertig gebaut und es ist auch sauber und sieht gut aus zwei einzelne platten die hier aufgesetzt wurden die man auch dann abnehmen kann natürlich sonst hätte das set wenig spielwert hier kann man zehn einmal runternehmen und dann hat man hier unten ganz leicht die befestigungen durch diese weißen teile ich weiß gar nicht genau was was das sein soll auf jeden fall begrenzen die das dach dass es nicht runter rutschen kann und genau dasselbe haben wir noch mal auf der anderen seite also recht simpel gebaut aber funktioniert einwandfrei ok dann setze ich das dach jetzt noch mal oben drauf und wir starten mit dem haupthaus dann schauen wir mal wie das so abläuft und wie viel öl wir finden werden so der erste abschnitt ist schon mal fertig mit gutem entertainment lässt es sich auch immer am besten bauen aber wir schauen mal hier runter ich habe hier meinen fliesenmeister gemacht bei der front vom simpsonshaus so viel haben wir schon gebaut alles ordentlich verfließt einmal hier die küche mit gelb blauen fliesen der erste einbauschrank ist schon drin die zwei tassen stehen schon drauf der erker wurde schon unten angedeutet und das hier wird dann das wohnzimmer mit den blauen fliesen oder war das ein teppichboden ich weiß nicht mehr auf jeden fall auch hier haben wir den erker schon angefangen vorne sieht man ein bisschen grünzeug rechts links vor der tür die türschwelle an der seite der kamin also sieht schon mal echt nett aus ich finde die haben das schön umgesetzt hier diesen comic look einzufangen der simpsons und darunter sieht man noch mal die ganzen platten also keine einzelne große sondern ein paar platten die da zusammengesteckt wurden das ist in der regel immer besser denn das wirkt sich weniger und hier gibt es mit wölben überhaupt noch gar keine probleme zum glück dann bauen wir jetzt noch etwas inneneinrichtung tja leute schaut euch mal die interessante bautechnik hier an das kleine dächlein hier oben auf dem erker da wird nämlich der stein oder die steine werden einfach nur hier aufgelegt die haben unten gar keine noppe wo die eingesteckt werden und die werden dann einfach oben dann gegen gekontert indem ein stück da drauf gedrückt wird also schöne sache die liegen also nur auf den fliesen auf und von oben wird es dann mit noppe befestigt schön gefällt mir gut auch ganz nett ist hier ja unsere küche allerdings fehlt mir da noch eine scheibe von dem oberen einbauschrank die typische simpsons tür mit gelb orange die man natürlich öffnen kann mit schönem bogen oben drüber der zweite erker ja ganz wunderbar gehen wir noch mal in die küche rein dort sieht man auch noch mal hier schön den einbauschrank die pfanne den mixer die beiden tassen die dort stehen und naja gut oben da fehlt mir noch die tür ansonsten ist das bis auf die einrichtung schon komplett fertig man kann auch ganz gute rausschauen aus den erkern und hier haben wir das klavier und wer spielt schon auf dem klavier das ist lisa mit einem kleinen sitzhocker der aber einfach nur hier reingestellt wird und der hin und her rutschen kann sie haben post also die simpsons haben post denn hier ist der briefkasten inklusive briefe hier raus gucken und der ist ja auch mal richtig schnuckelig gebaut ja kleine grüne platte bisschen post mark hat sogar einen aufsteller dabei schön und hier haben wir das wohnzimmer inklusive teppich und erst im aufgang hier auf die treppe da kommt das geländer später noch dran sieht auch schon richtig schön aus und ihr seht fliesen fliesen man wird hier zum fliesen meister also der komplette boden ist verfließt finde ich sehr sehr schön also alles wo fliesen drauf kommen sieht ja immer nett aus hier haben wir noch den herd und daneben dran die spüle aus der küche denn das haus ist ja später zum aufklappen das heißt das ist aktuell noch zwei geteilt wohnzimmer und küche und die rückseite ja wenig spektakulär und unten haben wir noch ein paar platten und ein paar längere lego steine wo es dann fest aufsteht ja schön lässt sich soweit echt gut bauen ich habe auch kein verschmutztes teil mehr gehabt toi 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 da bauen wir jetzt mal die couch hereinspaziert und eingetreten die hintertür ist jetzt hier auch fertig das ist die hintertür die in die küche rein führt und die küche habe ich euch gezeigt die ist soweit schon komplett durch und deswegen gehen wir rüber ins wohnzimmer denn da gibt es einiges zu sehen wir starten mal hier mit dem kleinen ja ein staubsauger ist das schaut euch den mal an sehr kreativ zusammen gebastelt da hinten sehen wir schon das telefon eine kleine kommode und natürlich das bild das ist wieder ein aufkleber wie gesagt aufkleber alles aufkleber hier in dem set und dann die couch der simpsons sehr schön gefällt mir von der optik hervorragend gut und ein richtiges gimmick ist hier der fernseher oben mit den beiden antennen und was läuft im fernseher natürlich edgy und scratchy auch ich muss es gar nicht mehr wenn ihr wisst es schon ein aufkleber und der fernseher der wird dann nur fixiert an dieser einen jumper blade hier unten die man sehen kann da kann man dann einen von diesen standfüßen rein stecken und dann kann der fernseher ein bisschen hin und her geschoben werden und ist etwas fixiert dass der nicht hier kreuz und quer durch die ganze wohnung rutschen kann sehr schön also macht auch schon einiges her und jetzt bauen wir hier noch mal so eine verstrebung ein einmal hier und einmal im wohnzimmer und dann bekommt das ganze noch etwas extra stabilität verpasst und die braucht man auch denn hier wird ja doch einiges bewegt ihr seht hier habe ich schon die beiden teile jetzt aus dem erdgeschoss soweit fertig und dann kann man die so zu klappen an der seite da wo der kamin ist sind dann die entsprechenden hinges und ja so hat man das erdgeschoss dann im prinzip schon fertig gebaut schauen wir noch mal durch die hintertür in die küche rein das sieht echt alles nett aus kann man gar nicht anders sagen lässt sich wunderbar bauen leider ein bisschen teuer wenn man es von original jetzt holt aber für 75 euro bisher ein sehr sehr schönes set aber wir sind ja noch lange nicht fertig denn es gibt ja noch das obergeschoss und da sind dann noch die ganzen kinderzimmer schlafzimmer badezimmer drin also es kommt noch eine ganze menge von daher bauen wir jetzt direkt mal weiter tja und ich war gedanklich schon komplett im obergeschoss aber wir haben ja hier noch die kücheneinrichtung der runde küchentisch mit seinen vier standfüßen und dann haben wir noch vier stühle mit dabei die interessant gebaut wurden die wurden aus slopes gebaut aus kleinen slopes aus kleinen rund eck keine ahnung aus diesen kleinen eckplatten und aus diesen teilen also keine extra teile wurden dort angefertigt sondern bestehende teile wurden so zusammengesteckt dass das dann einen stuhl ergeben hat hier sehen wir die klimaanlage an der seite sehr schönes kleines detail und dann sehen wir hier das obergeschoss 8 übrigens auch eigentum von net flanders mal wieder also ist ja klar ich glaube alle elektrogeräte gehören dem guten net und dann sehen wir hier noch mal das obergeschoss mit den fenstern die auch ganz interessant hier eingebaut wurden nämlich nicht hochkant sondern horizontal und dann werfen wir noch einen blick nach drinnen denn ihr seht das ist schon richtig gut eingerichtet das hier ist glaube ich das zimmer von lisa oder das bett von dieser mit schöner nachttischlampe bett und tasse und ja willkommen im wc oder im bad der simsons hier mit klopapierrolle wc dusche und waschbecken aber die dusche da fehlt nachher noch was da kommt noch was dazu aber schaut euch mal die klobrille an richtig witzig gemacht also da ist ganz ganz viel liebe zum detail reingeflossen das macht spaß wenn man das zusammenbaut richtig klasse und hier sogar warm und kalt zum einstellen der duschtemperatur super also sehr sehr schön designt liebe lego designer muss ich ja sagen und das hier ist das eltern schlafzimmer von huma und march auch ein sehr schön gemachtes bett mit kopfkissen und decke und hier haben wir noch mal die wiege ja maggie hat natürlich noch kein eigenes zimmer die hat ihre baby wiege und steht dann noch im schlafzimmer der beiden eltern also das obergeschoss richtig schön bis hierhin sehr detailliert sehr fantasievoll gemacht und vor allem auch sehr bunt und der comichafte look der ist immer noch dabei und wir haben immer ganz viele fließen auf dem boden sehr gut weiter geht ja und das obergeschoss ist noch weiter gewachsen die wände sind hochgezogen die dachschräge ist schon zu sehen hier haben wir die dusche oben die duschbrause und die abtrennung der dusche mittlerweile auch noch verbaut sehr schön bei lisa haben wir hier noch ein kleines poster an die wand gehauen jazzfest natürlich auch wieder ein aufkleber auf einer fliese hier die dachschrägen die wurden dran gebaut sieht doch sehr schön aus auch der kamin den man hier gleich von der seite sehen kann den finde ich richtig toll den haben sie super getroffen hier original comic look auch mit diesen marmorierten oder texturierten steinen an der seite und hier oben ja die spitze die hält dann nur zwei jumper plates denn das muss auch so sein ansonsten könnte man den kamin oder das ganze haus besser gesagt gar nicht mehr aufklappen hier noch mal ein blick ins eltern schlafzimmer hier haben wir die tür jetzt mittlerweile auch fürs badezimmer man braucht ja etwas privatsphäre gerade in dem raum und ja so sieht es aus richtig nettes obergeschoss soweit aber es ist ja erst die hälfte oder knapp etwas mehr als die hälfte geschafft also bauen wir jetzt noch ein bisschen weiter am obergeschoss tja und da ist es fertig unser dach zumindest ein teil davon inklusive fernsehempfangs antenne die auch hier nett aus so kleinen druiden arm und kleinen teilchen zusammen gesteckt wurde das dach selbst besteht aus vielen einzelnen platten die hier mit anderen platten dann verbunden wurden gleiche haltetechnik wie auch schon in der garage wird einfach nur aufgelegt und hält dann in der regel ganz gut es sei denn man stellt sich ein bisschen doof an wie ich jetzt im moment ja dann kann es auch mal runterfallen man muss also schon schauen dass es passt aber ja insoweit passt es ganz gut es wirkt sich allerdings dann auf so einer großen fläche ein ganz klein wenig eben doch auch wenn es hier viele einzelplatten sind die verbaut wurden und hier hinten das ist die zweite abdeckung vom eltern schlafzimmer von humor und march ja gleiche technik das dach wird hier immer gleich gebaut da gibt es gar nicht allzu viel zu erzählen deswegen geht es hier direkt weiter und wir bauen den zweiten teil des ersten stockes hier ist teil eins von lisas zimmer und der zweite teil den habe ich hier gerade fertig gebaut das ist der hier ein schminktisch beziehungsweise hier erstmal eine kleine kamera die hier steht auf so einem kamerastativ ganz nett kullert allerdings immer in der gegend rum dann hier schminkspiegel und schminktisch mit kleinem hocker das braucht ja so mädchen immer noch und hier haben wir noch mal den flurbereich der ist schön das ist der aufgang von der treppe und da haben wir noch ein paar bilder hängen hier abe simpson der opa und er die kleine meggy bevor sie so ein merkwürdiges gesicht bekommen hat und hier ja das ist bads zimmer bart simpson mit seinem schreibtischstuhl auch wieder hier ein bild und poster von crusty dem clown an der wand ein schönes regal mit mütze und allerlei kram drin wir haben hier ein radio active man comic seine pinnwand schreibtisch also sehr schön gemacht richtig toll so viele kleine details auf so kleinem raum zusammengebracht finde ich ganz hervorragend gelöst und hier haben wir auch noch sein bett und da ist noch eine sache echt interessant und zwar die lampe nämlich der stil der lampe das ist so ein hotdog genauso ein hotdog wieder eben auf dem grill gelegen hat also da haben sie echt mal alles rausgeholt die designer und außen steht noch mal keep out ja typischer kleiner junger teeny er will natürlich nicht dass man da ins zimmer rein kommt und der aufkleber naja der sieht wieder ein bisschen unschön aus denn der deckt nicht richtig oder vielleicht wäre es besser der wäre komplett transparent gewesen aber so sehr schön gestaltet mal wieder super details hier bei dem ganzen simpsons haus und als nächstes packen wir dann mal das geschoss hier auch nach oben damit wir das erste obergeschoss komplett fertig haben dass hier kann man übrigens später auch unternehmen damit man auch an das untergeschoss gut dran kommt so da seht ihr es ich habe es erfolgreich drauf bekommen natürlich und das da ist mittlerweile auch drauf und wir docken jetzt hier die garage an denn hier haben wir die pinne am haupthaus und da haben wir diese technik steine mit den löchern auf der garagenseite und das kann man dann einfach hier ineinander stecken ich sag jetzt mal einfach ich hoffe es geht auch einfach und ja doch sehr passgenau wunderbar dann ist die garage hier verbunden und je nachdem wie es platzmäßig bei euch aussieht kann man die dann auch noch mal abnehmen das hier sind alle teile die übrig geblieben sind es geht so für so 2500 noch was teile passt das schon soweit und schaut euch das mal an was hier alles noch übrig ist wir haben hier auch immer nur ein teil gebraucht hat immer so ein komplettes trail so eine komplette gussform hier raus gehauen und nach also ihr habt da noch eine ganze menge übrig für eure anderen sets und ja kommen wir zum fazit lohnt sich hier das leppin set für 75 euro und meiner meinung nach absolut und zwar vor allem deswegen weil ihr dieses set hier original im laden nicht mehr kaufen könnt oder wenn jetzt noch original verpackt findet zwischen 350 und 400 euro zahlt was doch eine ganze menge kohle ist und wer einfach lust drauf hat hier der simpsonshaus nachzubauen kann hier gerne zuschlagen meiner meinung nach das könnt ihr vielleicht mit eurem gewissen vereinbaren vielleicht auch nicht das muss jeder für sich selbst entscheiden aber ich kann euch sagen dass hier ist ein schönes set es hat seine schwächen die minifiguren sind nicht so gut die aufkleber sind nicht so gut aber ansonsten ist das prima umgesetzt und mit den ganzen vielen kleinen details die hier gebaut werden diese ganzen kleinigkeiten die man auch beim bauen entdeckt und der comic look den man am ende immer noch hat ein sehr sehr schönes set was meiner meinung nach auch einen hohen spielwert hat also wenn ihr das für die kinder kaufen wollt das ist ja wie so ein puppenhaus man kann es auseinander nehmen man kann es aufklappen und da kann man auch echt gut drin spielen von daher ich verlinke euch das set hier unten in der video beschreibung wo ich es gekauft habe wie gesagt roundabout 75 euro gut investiert für jeden der hier was zum spielen möchte und natürlich auch für jeden simpsons fan so leute und das soll es dann auch gewesen sein das video ist lange genug geworden ich bedanke mich fürs zusehen und wir sehen uns beim nächsten mal hier bei me apple cat ja 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 ja